Ich habe ein neues Gadget. Jetzt in der Nacht bei offenem Fenster kommen die Mücken rein und zerstechen mich ordentlich. Und statt mir jetzt Gedanken darum zu machen, wie ich die vielleicht loswerde, habe ich mir dieses Ding hier gekauft. By the way. Damit erhitze ich die Haut an der Stelle, wo der Stich ist und danach juckt es nicht mehr. Richtig gut.